heute machen wir was richtig geil ist ja das intros nach produziert aber der content ist trotzdem derselbe ich glaube das war eine der unterhaltsamsten streams wir haben auf alle geld geklärt nicht nur für mich sondern auch für die community für den chat haben wir geld geklärt wer im stream war weiß bescheid was die mt riske die bewahr hat auf jeden fall todesgebockter stream schaut euch dieses video an werdet ihr genießen und seid auf jeden fall bei den nächsten streams dabei denn dann haben wir irgendwann die komplette schule voll mit schülern der mt riske die wie und jeder hat sein gehör und dann kommt vielleicht oder wird es irgendwann mal soweit sein dass wir real-life content machen und sie größer weise wer weiß deswegen chat wir sehen uns es sind immer mehr in den streams dabei wir sind ein movement oder m2 the movement wir sind die m2 schule und bald ist es der m2 movement und jeder weiß bald bescheid wo man gehört es hat mich wirklich gefreut chat und rein und das wird jetzt ein intro und ein outro direkt wo ich habe einfach etwas geredet ich habe das nicht mehr gehört hallo wie bitte hallo er sieht voll professionell aus professionell ja warum 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 sieht es professionell aus keine ahnung oder sehe ich einfach gut aus wie alt seid ihr denn zu jung oder ok ok wir sehen uns ne schönen abend euch noch was gut tschau oh hellna weg 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 hey chat das ist kompliziert ich muss die ganze Zeit von links nach rechts und skippen und so das ist richtig kompliziert ich muss doch chat oder chat ihr sagt doch nichts ne hallo 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 wie alt bist du 15 15 schönen abend dir noch ne ich komm nicht da ich scheiß auf diese filter ne ich skipp einfach schnell scheiß drauf sie der chat muss doch weg von meiner fresse hallo chat muss weg von meiner fresse so was ok jetzt 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 ich muss kurz aufwärmen in deutschland dann gehe ich gleich usa ich muss ein bisschen deutsch reden und dann gehe ich rüber und wenn ihr totes holen ich monkey sie die sind hier aber auch so jung die war jetzt alt und schon aus versehen geskippt hallo die hat geskippt mit herzen die hat mit herzen gemacht die hat gesagt schwarz wow die hat direkt geskippt ich hab das gesehen und ich kleck in 14 die regnen warum hat es das schreibt das hast du schon sind so viele jungen hallo hallo oh shit wie alt seid ihr ha wie alt seid ihr das ihr trinkt 16 und 17 nicht gut ihr seid noch Kinder weniger trinken ich bin alt ich bin zu alt für euch ich bin zu alt für euch ich bin zu alt egal weniger trinken ja ich auch machts gut schönen Abend euch noch hey dicker guck ich will nicht mit so jungen reden na ja hallo 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 ich hab mit Kollegen ja ja wir sind ins gehauen ich hab mich doppelt bei euch hallo 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 Hello! Hello! Wie alt seid ihr? Hey, komm mal. Guck das wieder Respektlos. Ich werd da von Minderjährigen geskippt, Digga. Ich muss die Skippen, Digga. Egal wie, ich skipp... Nicht, nicht, nicht. Wie alt seid ihr? Wo sind die gelandet? Zehn von zehn und neun von zehn, richtig? Die Füße sind ein bisschen kalt, Digga. Oder ändere mal den Farben im Hintergrund, Bruder. Ändere doch mal. Es wird so ein Monkey-Ding jetzt. Hallo? Hallo? Ey? Ja? Was ist 4 plus 4? Bist du unter 18? Was ist 4 plus 4? Bist du unter 18? Nein. Also bist du über 18? Ich bin 18. Glaub ich schon nicht. Okay, dann glaube ich. Aber was ist 4 plus 4? Neun! Was ist das für eine Frage? Sag doch 4! Ja, 8! 8! Gute Nacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weinst du? Boah, Digga, was hat er für ein gutes WLAN? Ey, das ist WLAN aus 2016! Guck mal, man sieht dich so krass gut, ne? Ich heule! Wie geht das? Oder sag doch einfach, ich seh gut aus! Schieb's doch nicht aufs Internet mal! Ja, okay! Man sieht dich so, klingt wie so ein Kinofilm oder so. Man sieht dich so gut, in so einer guten Qualität. Oh, ich seh so gut aus! Danke, 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 danke! 1A Quali! Ja, 1A Person! Danke, danke! Ey, ey, mein Kollege fragt, weil der ist unter 18, der fragt nach eurem Insta. Wie alt ist der? Wie alt bist du? Warte, der ist 16, ja, der ist wirklich 16. Ich bin auch 16. Okay, dann musst du dein... Ich bin älter, ich will den Insta nicht. Ich will wirklich... Ich frag für einen Kollegen. Nein, der ist nicht schwarz, der ist weiß. Der heißt Anton. Und der ist ein bisschen Patte. Wegen seinem Mann? Ey! Ihr seid kleine Kinder! Ja, der ist Ausländer, der ist... Der ist Kanadier, der kommt aus Kanada. Lord, das ist lost. Du liegst... Wie lost? Au! Ey, ihr seid klein! Hört auf mit so nem Quatsch! Du müsst noch Spongebob gucken oder so! Ich lieb Spongebob. Ach, die Presse, dicker! War 365 Tage auf die 1. Ey, Mann, der ist eigentlich nicht so gut. Ey, Mann! Vor allem, ich pack noch nicht mal rum, weil du so meinst dich so gut, ne? So... Ehrlich! Okay, okay. Du gibst mir... also nicht für mich! Willst du ihm deine Zeit geben? Du kannst ja... Ach so! Sag doch! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Okay, okay, okay! Okay, wir sehen uns! Ich will nicht weiter mit Minderjährigen reden, okay? Das war ein tolles Gespräch! Tschüss! Okay, guck mal! Ich hab für Community Chat Insta geklärt! Ein W für M2! Oh, das macht man nicht! Hallo? Hallo? Hallo! Seid ihr über 18? Nein, leider nicht! Oh, Mann! Egal, wir sehen uns! Seid du oder so? Ob ich streame? Ja, ich hab Onlyfans, aber ich streame nicht! Ah, nein! Nein, nein, nein! Ego nicht! Wie, nein! Hey, wir sehen uns, wir sehen uns! Ich will nicht mit Minderjährigen reden! Bye! Wir sehen uns, macht's gut! Ciao! Ey, Chat, ich bin doch so sympathisch, Chat! Hallo? Hi! Was? Red noch mal! So live oder so? Live? Nein! Ich mach Onlyfans, also privat, aber ich bin nicht live! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey, Mann, Chat! Mann, Chat! Die Leute denken, ist die Qualität so gut! Hallo? Chat, sollen wir nach Amerika? Sollen wir in die USA? Hallo? Hallo? Haller, die reden nicht! Was denken? Okay, für dich fragen, wenn unter 18, okay, mach ich! Mach ich! Aber Anton, ich muss dich doch beschreiben können! Blond, Kanadier, ne? Über 1,80! Und reich! Das ist ein bisschen die Beschreibung! Hallo? Bruder, was geht denn die? Bruder, die sind sowieso noch hässlich dazu, Utica! Ja! Hallo? Guck mal! Die sehen so einen Motherfucker Handsome, und dann werden die nervös! Das kann nicht sein! Bin ich? Ja, das geht! Hallo? Moin! Wie alt seid ihr? 18! 18! Und sonst? Ehrlich jetzt? Ja! Ihr seht ein bisschen jünger als 18 aus! Und hier sind viele Minderjährige unterwegs! Deswegen muss ich immer fragen! Oder tote Girls? Die eine kennt mir Harry Potter-Vibes, Digga! Gelb! Chat, sind wir in die USA oder noch ein bisschen Deutschland? Oder Monkey Monkey Monkey? Hallo? Hallo? Wie geht's? Wie geht's? Auch, 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 auch! Jetzt die wichtigste Frage! Bist du unter 18? Ja? Ganz schlecht! Okay! Ab in die USA! Jetzt muss ich mein Englisch auspacken! Shit, man! Shit, man! Shit, man! Shit, man! Hallo! Hallo! Was geht? Halle! Ich dachte, die werden Amis! Was geht da? Ich wollte schon mein Englisch auspacken! Wie alt seid ihr? 15! 16! Oh, shit! Okay, ich bin über 18, aber ich habe einen Kollegen, der ist 16! Der Anton! Kanadier! Reich! Über 1,80! Und blond! Interesse! Ja, Interesse! Kann der Deutsch? Natürlich kann der Deutsch! Auf jeden Fall kann der Deutsch! Hä? Der kommt! Woher kommst du? Anton, woher kommst du? Sag schnell! Sag schnell! Hamburg! Hamburg! Kommt aus Hamburg! Er hat ein Auto! Der hat ein Auto! Also, der hat noch keinen Führerschein, aber der hat schon ein Auto! Der kann schnell zu euch rüberkommen! Nein, Leipzig! Leipzig hat den! Aus Leipzig kommt der! Aber das ist noch weiter von Dings! Oder? Ich weiß nicht! Guck mal! Ihr habt zwei Optionen jetzt! Ihr gebt euer Insta! Ich gebe es Anton rüber! Oder ihr sagt... So! Muss nicht! Das ist die zwei Option! Geht auch Snap? Ja Snap geht auch! Schreib es rein in den Chat und dann schicke ich es dem! Und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von dem süßen Anton machen! Ja, ja! Der süße Anton! Und der hat eine Ferienwohnung in München! Hat der mir gesagt! Oh geil! Ja! Das heißt, wenn der Sturm in München hat! Hahaha! Hahaha! Okay, okay! Warte! Schick sie! Schick sie! Okay! Jetzt klappt! Ich komme immer auf Anna! Okay, 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 okay! Ich bedanke mich! Anton grüßt euch schon mal! Der schreibt euch ja irgendwann irgendwann! Aber ich kann nicht mit Minder reden! Das kann nicht so weitergehen! Deswegen verabschiede ich mich! Ich wünsche euch einen schönen Abend! Und wir sehen uns im nächsten Leben! Haut rein! Tag! Ey, ich bin doch so ein guter Dings! Hier, Anton! Hier! Hier, Anton! Hier, Anton! Hier, Anton! Das sind doch nur deutsche Mann! Ich glaube, das wird so ein Ding von Monkey! Monkey Monkey! Oh oh! Hier, ich bin doch하게���ореang aus geboren! Hier,ı gewoon weg! Hier, ist es einfach so ein Hin анaler! amerika ist ja noch tot als deutschland es wird so ein ding von monkey was sagt die chat oder amerika schon tot ich glaube die coolen amy sie sind alle auf monke ich geh nochmal deutsch, ich geh nochmal deutsch, ich geh nochmal deutsch deutschland hallo? was gibt's? hallo? hallo bist du über 18? ich bin 17 egal, du hast trotzdem ein, also ich kann was gutes geschehen ich hab ein kollegen der ist 16, Kanadier über 1,80 blond und reich interesse sorry ich hab nen Freund ja ja Freund hallo Anton passt leider nicht zeig mal ich hab's nicht gesehen ich hab's nicht gesehen die hat end auf die nachgelt ja ich hab das ist das habe ich bei euch noch nie kass wir sind doch die jangins hier auf hoher sind die jangins chat die jangins chat Hier mache ich die Webcam komplett weg, remove Webcam Hier wurde immer weg Hallo? Oha! Sie wusste direkt, hallo? Oha, sie hat sogar so geswipet, sie hat gerade alle weg mit dir Genau so hat sie mich gerade weg geswipet, oha! All over the globe, all the akhemi Ach Ome, ach die Youngens Oh, als, als Saate, danke für den Follow Oh, Burra Gilmas, was rede ich da? Läuft bei dir, Bruder, bei mir läuft nicht Bei Anton läuft Bei Anton läuft, Anton hat sehr viele Chayas jetzt Bei Anton läuft, bei Anton Hallo? Skit 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 Ich glaube, das wird ein Monkey Dink, Jack Was sagt ihr? Okay Ey oh ha haaa wie die flüster digger oh ha digger oh ha du wirst dir gar keine chance mehr gelassen crazy hey ist mit einem monkey ding ich versuche englisch zu reden und ich werde ich würde gerade englisch reden 15 macht's gut schönen abend hier noch dieser schon älter aus als die sparen aber das ist ja schon so wie 20 aus krankenschwester aber nicht wie 15 da kommt noch eine schwänze wenn ich denkst und mir geht da kommen die schwänze wir müssen dieses monkey problem es wird etwas für dich we're germany hallo jetzt seid ihr schöner abend euch noch das sind die alle so jungen dicken ich weiß nicht von wo diese piece gekommen ist du machst du hast noch nie gemacht oder antwort verstehst du dann kann ich ach so aber wir verstehst du denn man die sind doch auch bodenlos du kannst du nicht alles nehmen was unter 18 ist weil das nicht einmal reingekommen und du bist frankfurterin tschüss digga woher kommst du du bist frankfurt du siehst aus wie mbappet sie sieht aus wie leute oder so wer seid ihr denn frankreicher ich bin deutscher wie kommst du aus frankfurt nein ich komme aus dinge aus menschen kommt auch so weit du so redest warum hey was ein mensch halt die fressen die kleinen kinder respektlos oder ich kann noch nicht sagen und unter 18 jährige hübsches junge willst du mich hier so für du bist ja für meinen downfall irgendwie ist ja richtig für mein downfall ist man das ist ein fettes ell du bist ja richtig für mein downfall ich schreibe mir hier sind ja jetzt ja sie der wusser ich bin gleich 0 3 oder ich bin 20 hallo gelb bist du probieren kann wenn es gibt und dann sind ja auch ich bin doch nicht die ganze 15 jährigen klären was das digga dachte ich sagt was bleibt ja wie meinst du live live ich bin nicht live ja also ich dachte du willst du meinst mit live ob ich irgendwo aktiv bin online oder so das ist so ähnlich auch only fans ich bin ich live dieses live oder ich habe videos digga jeder denkt ich will live digga da bist du was denkst du unter 18 auf jeden fall Da vielleicht? Das ist richtig! Das geht nicht. Die waren aber cool. Die waren so cool wie aufreden. Hallo? Streamst du? Streamen? Ja. Ich habe keinen Twitch oder so. Bist du dir ganz sicher? Ja. Man sieht mich nur Hotze. Hä? Sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich will ein Gespräch mit euch führen. Dann musst du die Welt von der Cam machen. Ja, aber keine Scheiße. Jetzt ehrlich, warum denkt man das? Findest du hübsch oder was? Oder was macht denn den Streamer aus? Warum denkt ihr das? Ja, guck mal. Du sitzt da mit einem Headset und alles. Was machst du mit Kopfhörern? Früher habe ich da gezockt und schon keinen Bock meine Airpods mit Dings zu verbinden. Mit Computer. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ich will dein Bildschirm sehen. Die Bildschirm sehen? Du bist über Computer? Ja! Ja! Wie alt seid ihr denn? Achtze und siebzehn. Du bist die erste Achtjährige, die ich heute gesehen habe. Ehrlich? Alles Youngens, kleine Kinder. Fünfzehn, vierzehn. Ich kann doch nicht sagen, wer kommt ihr denn? Aus Hamburg und du? Frankfurt. Aus Frankfurt, sorry. Frankfurt, yes. Ich bin Brasilianer. Ich komme aus Brasilianer. Also meine Mutter Kanada, mein Vater Brasilian. Flaber, was für ein geiler Mix. Yes! Sie können sagen einfach, ich bin geil. Das ist ein Messer, das kannst du auch sagen. Ja, aber zeigt euch doch mal, zeigt euch doch mal. Ich will doch auch mal sehen. Nein, du streame. Ey, ich streame nicht, Mann. Ich streame nicht. Ich streame nicht. Ich weiß nicht. Ey, kennst du einen Streamer, der sein Bett im Hintergrund hat? Ja. Was scheiße, okay. Okay, guck mal, ich kann euch nur sagen, ich streame nicht. Es gibt zwei Optionen. Entweder, ich muss mit der Wand sprechen, was scheiße ist. Oder ich spreche mit einer hübschen jungen Dame. Okay, warte mal. Junge. Gib mir dein Insta. Gib mir dein Insta. Okay. Insta. M2Kid. M2. Oh! Ich habe meine Gesichter gesehen. Warte, ich schreibe es in den Chat. Ey. Wirklich, Junge. Ich streame nicht. Ich bin kein Streamer. Ach komm, du lass. Digga, genau die gleiche Situation war mit Mario. Er mag dir erst fühlen die ganze Zeit. Warte. Ich glaube, er mag. Warte. Ich guck. Ja, guck, 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 guck. Digga, er ist YouTube, man. Oh shit. Oh shit. YouTube. Waaah. Digga. Hallo. Ah, Junge. Digga. Ah. Scheiße. Die hat gesehen, die hat das hier gesehen, Chat. Ey, das waren die ersten coolen. Ich sag doch, über 18 Jahre sind direkt cool. Oder ich kann ihn nicht mit Young jetzt die ganze Zeit reden, man. Ich hab doch gesagt, Chat. Ich hab doch gesagt, Chat. Ich hab doch gesagt, Chat. Ich find die jetzt, ich find die jetzt, okay Chat. Ich find die jetzt. Ich hab meine Story gesehen, das heißt, die ist irgendwo, Chat. Ich find die, ich find die. Ich find die, ich find die. Moin. Hi. Du hast voll die gute Kameraqualität. Kamera? Ja. Du auch. Ja, ja. Ey, Mann. Ey, Mann. Hallo? Ne, mit meiner Hand. Oh, du hättest. Ein Nigger. Oh shit. Onstream. Was? Bist du streamer? Nein, wie kommst du drauf? Ja, siehst du professionell bei dir aus, deswegen. Hä, bist du reich? Warum? Weil dein Gürtel von LW hast. Von Kollegen. Ach so. Hallo? Hallo. Bist du über 18? Nein. Nein. Das ist ein klares Nein. Nein. Das ist ein klares Nein, Chat. Das kann doch nicht sein. Ey, ich find die nicht auf Instan, ne? Also, ich seh nicht, welche Story die gesehen hat. Wo filmt ihr? Seid ihr in Türkei, oder was? Ja. Hat ihr irgendwie einen Bauernhof gefilmt? Ist euch kalt? Oh shit. Habt ihr auch Essen da? Hm? Wo ist euer Essen? Autofahren, bisschen Essen auf... Nee, danke. Ey, fahr weiter. Wer will uns Eis geben? Nein, fahr weiter! Nein. Nein. Keiner will Eis haben. Ich will auch kein Eis. Wir haben keinen Eis. Ey, wir wollen kein Eis! Gib ihm einen Burger. Ja, gib ihm einen Burger. Ja, gib ihm Burger. Wir wollen eh nicht anders. Oh. Wir sollen halten! Hier, was sind wir? Nein, nimm doch mit. Aus welchem Dorf sind die, oder? Mit wem reden die da? Ey, ich finde ihn nicht, ne? Also, ich seh nicht, welcher Story die geht. Ich kenn die irgendwie. Hallo? Hallo? Wie alt seid ihr? 13. 13. 13! Oh mein Gott! Ich muss in Gefängnis wegen euch! 13! Warte, geht mal schlafen! Ey, es ist... 13, schon 32, schlafen, aber zackig! Ey, ich wünsche euch einen schönen Abend, okay? Macht's gut. 13! Warte! Warte, 13 ist hart! 13 ist sogar zu jung für Anton! Ich finde die nicht, Chat. Ich finde die nicht, die... in meine Story gekuckt hat. Die ist eine... Die hab ich noch nie gesehen, aber das ist die nicht. Also... NIGGA! Ich bin dick auf diesen Moment gewartet. NIGGA! Hallo? Hallo? Seid ihr Amis, oder was geht ab mit der Flagge? Und da kommt vielleicht Geld hoch, du musst mal die Welt weg machen. Ja, pack mal die Welt weg, mein Gott! Ich auch. Wie alt seid ihr? Hä? 16. 15. Oh man! Oh fuck! Oh fuck, man! Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Schönen Abend euch noch, ihr Amerikaner. Ja, tschüss. Tschüss! Ey, ich finde die nicht, Chat. Ah doch! Es ist, glaube ich, die... Die haben... War ich glaube... Mit der hab ich vorhin geredet. Die hab ich noch nie gesehen bei mir. Die hier. Die, glaube ich, Chat. Ich glaube, das ist die. Äh, wer ist die? Wer ist die? Wer ist die, Bruder? Hä? Und so. Ah, das müsste die sein, das müsste die sein. Wer anderes macht keinen Sinn. Hallo! Hallo! Sag nicht, hallo! Es gibt dann direkt... Hallo! Hallo! Wie alt sind sie? Äh, 15, du. Oh, shit! Ich bin ein alter Mann. 15. Aber ich habe einen sehr schönen, blonden Kollegen namens Anton. 1, über 1, 80, 15 oder 16 und kommt aus Kanada. Interesse! Kanada. Ja. Aber er ist lieb in Deutschland natürlich. Mein Nation. Also er kommt aus Leipzig in Deutschland. Ja, okay. Ja. Bist du interessiert an sowas? An einem 1, 80 Basketballer. Hübsch. Der ist, ich bin sein Mentor. Ich bringe dem vieles bei, wie man mit Frauen redet und so zum Beispiel. Ja. Kein Interesse. Schade. Anton. Ich kann noch nichts machen. Anton. Piep piep. Anton geht leider nicht weg. Ciao, ciao, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja. Mach's gut. Tschüss. Digga. Hat nicht geklappt, Anton. Ich habe das Gefühl, meine Kamera ist... Ich dachte schon. Deine Kamera quasi ist 1A. Oh mein Gott. Dein Gesicht ist auch 1A. Wow. Was eine Schönheit. Wow. Woher kommen sie denn? Stuttgart. Die dachte schon mal ins R. Das ist alle. Das tut mir jetzt leid. Scheiße. Hallo? Ja, hallo. Ich stehe auf Blonde? Nein. Danke. Dann... Ich stehe davon. Anton. Anton. Ich stehe gleich auf. Hallo. 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 Wie alt bist du denn? 16, du? 16 ist zu jung, aber ich habe einen perfekten Altersgenost für dich. Ein blonder Junge namens Anton, über 1,80, spielt Basketball, kommt aus Kanada, lebt in Leipzig. Interesse? Leider nicht mein Typ. Oh shit. Auf was stehst du? Auf. Oh shit. Oh shit. Ich bin leider alter Mann. Ich bin alter Mann. Wir sehen uns. Wie heißt du denn meine Liebe? Leni. Leni. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich wünsche einen schönen Abend. Und du findest bestimmt noch deinen Black Black. Du findest noch einen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Jetzt steht leider auch schwarz Anto, da kann ich auch nichts machen. Hello. Hello. Hallo. Wer seid ihr denn? Nicht, ich bin in einem Video drin. Du bist in keinem Video. Ey, Mann! Warum denkt das hier? Hello. Sag ich hab Porsche. Okay mach ich nächstes Mal. Hello. Bitte mach halt so Musik aus. Ich versteh selber nichts, weil du die Musik laut hast als ich. Alexa, du vier. Äh, ich hab, wenn dir die Musik ausmacht. Alexa, du vier. Okay, ich hab einen. Warte, wie alt seid ihr? Warte, Alexa. Alexa, mach leiser. Okay, okay. Wie alt seid ihr? 16. Okay. Ich bin ein alter Mann. Aber ich hab einen. Ich hab einen Schüler namens Anton. Stieß auf blond. Nee. Nicht? Okay, schade. Sonst hätte ich was gesagt. Aber okay, dann wünsch dir noch einen schönen Abend, meine Madame. Viel Spaß beim Schminken. Und wir sehen uns irgendwann vielleicht wieder. Keine Ahnung. Ciao, ciao. Oh. Chiaf Guest. Danke für dein Follow. Wie ist es schlecht? Chiaf. Chiaf. Oder keine Ahnung. Chiaf. Danke für dein Follow. Hallo. Hi. Wie alt sind sie denn? Wer bist du denn? Ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Wie sind auch alte Frauen? Über 18. Ja. Ja. Oh shit. Endlich. Wirklich jetzt. Ja. 20. Du? Ich bin 21. Lüg nicht. Ey. Warum sollst du lügen? Ich bin ein alter Mann. Siehst du dich hier? Siehst du dich hier? Siehst du dich hier? Ich bin ein alter Mann. Wie alt schätzt du mich denn? Oder was denkt ihr? Siehst du dich? Wie ist es? Ich bin ein alter Mann. Spanier! Oh shit! Ich bin immer wohler hier! Wie geht es euch denn? Okay, okay, okay. Grüß sie, grüß sie von mir. Was? Grüß eure Mama oder die Mama von dir. Grüß sie. Schwester. Ältere Schwester? Nein, kleine Schwester. Ich spreche mit drei älteren Frauen. Das wäre einfach fair. Was? Ey, komm. Okay, jetzt sind wir alleine. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Nein, nein, ich hab doch gerade erst angefangen. Ich hab doch gerade erst angefangen. Okay, seid bereit. Ich wollte einfach reden. Ich wollte sagen, Wie geht's? Wie geht's? M2? Mein Name ist M2. M2? Ja, M2. Guck mal, er hat beide zusammen gleichzeitig gesagt. Das ist... Ja! Ehrlich jetzt? Ja. Ich sehe dich nicht. Zeig. Okay, doch. Es sieht ähnlich. Ich weiß, ich vielleicht flaxse mich, aber ihr seht euch ähnlich. Nein, sie ist gerade geschminkt, deswegen. Okay, wie... ähm... Wann hat die Geburtstag? 23.03. Welches Jahr? 2003. Okay, ich wollte nur gucken, wie alt ihr seid. Hahaha. Hahaha. Ich dachte, ihr lügt. Ich dachte, ihr lügt. Nein. Ey, ganz ehrlich. Guck mal. Ich... M2. Ich habe hier noch keine älteren Frauen gesehen. Wenn ich immer ältere sehe, hier... Ich bin totes glücklich. Weil ich kann dann reden mit Leuten, die normal reden. Und nicht so 14-jährige Witze machen und so. Deswegen einfach nur mit euch reden. Aber ich ziehe jetzt weiter. Ich will weitere Bekanntschaften machen. Und... Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch auch. Gracias. Gracias. Mucho, mucho gracias. Okay, awesome. Ey, werden die noch Chayas, ne? Die hat schon gesagt, die Schwester ist jünger. Die hat schon gesagt und dann... Das geht, bro. Die hat schon gesagt, die ist jünger. Sonst hätte ich schlafen. Oder werden die noch Chayas, ne? Ich hätte gerased. Oder, ey, Chat. Jetzt mal ehrlich. Chat, ganz ehrlich. Oder, ich hab hier den... Oder, jede Frau, mit der ich rede, die ist glücklich und so. Die lacht und so. Oder, bei mir geht's ab mit den Rits. Ich bin nicht diese auf Ernst. Diese, ja... Ich bin diese, ja, ich spring rum und so. Weil ich... Ich muss doch meine Energie. Ich muss meine Energie rüberbringen. Ihr checkt. Ihr seid noch klein. Ihr versteht das noch nicht. Ihr denkt, ihr müsst, äh... Ja, ja, ja und so. Boah, das ist ein YouTuber, Odile. Was? Du hast ne heftige Qualität. Findet ihr? Ja, äh... Ich bin immer gemobbt dafür. Die sagen immer, Scheiß-Quali. Sie sind die Ersten, die das sagen. Oha. It's off. Findet ihr? Ja. Sei leise. I think... I think I... I don't give you fuck, man. I don't give you fuck. Who are you? Ich hab eine andere Lein im Kopf. Hallo? Hallo? Wie seid ihr? 16. Oh shit. Oh shit. Egal. An der Stelle sag ich mal, Hala Madrid und... Ich hab einen hübschen, blonden Jungen. Er heißt Anton. Kanadier. 16 Jahre alt. Kommt aus Leipzig. Also wohnt in Leipzig. Hat er jemand Interesse? Ihr seid auch aus Leipzig. Nein. Nein. Okay. Aber warum machst du dann so ein Gesicht? So ein Gesicht? Weil... Ey, doch. Ihr seid das Leipzig. Weil der Leipzig ist. Ey, letztlich. Und ihr kommt... Ehrlich jetzt? Okay. Das passt. Guck mal. Ich hab einen richtig... Ich bin... Ich bin lieber als 18. Ich steh nicht auf meiner Rege. Das ist garantiert nicht für mich. Ich brauche... Also der schreibt mir gerade. Er will von... Der Linken des Insta. Wenn du Interesse hast an einem hübschen, blotten Jungen über 80. Schreibst du ins Chat und ich gib's ihm weiter. Ich werde... Du bist kein schwarzer, denn die MC. Du wirst einen Blonden sehen. Auf jeden Fall. Aber wenn du sagst... Nein, ich hab einen Freund. Diese Ausrede kannst du auch sagen. Dann sag ich ihm... Sie hat einen Freund. Und wem war das jetzt? An die Linke? An die Blonde? Bist du blond? Ja, ich bin blond. Ja, ich bin blond. Und... Und... Was ist die Antwort? Ich weiß nicht, warum nicht? Oh shit! Anton! W ist an dich! Okay, du musst einmal dein Insta in den Chat. Und dann... Anton! 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 Sag Danke! M2! Dein Mentor! Dein Mentor! Okay? Wie willst du reinschicken? Bruder, langweilig. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht, Bruder. Ich hab probiert, Bruder. Ich hab probiert. Hallo? 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 Wie alt seid ihr denn? 16, 17. Oh shit! Ich bin ein alter Mann. Wir sehen uns! Haut rein! Ich brauch ein bisschen Labelle, Digga. Meine Lippen sind trocken, Digga. Meine Lippen sind trocken, Digga. Meine Lippen sind trocken, Digga. Ich hab meine Lippen trocken, Digga. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Chat, das ist abgewickst. Zu krass. Damit kommt ihr. Damit. Nie wieder zu den Lippen. Nie wieder zu den Lippen. Nie wieder zu den Lippen damit. Ich wollte heute wieder Friseur gehen. Meine Seiten sind wieder voll. Jede Woche einmal. Muss, muss, muss. Jede Woche einmal. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was geht denn ab hier? Hallo? Hallo? Ja? Wie alt seid ihr denn? 15 und du? Oh shit! Ich bin ein alter Mann! Wie alt bist du? Was denkt ihr? 20. 22! Ah, ich bin 20. 20? Hallo? Yes! Ah, ich bin zu alt. Leider! Macht's gut! Schönen Abend noch! Tschüss! Tschüss! Dir auch! Danke! Drachen! Altama! Hallo? Hallo? Wie alt seid ihr? Prate! Ich sehe euch! Ist es zu dunkel bei euch? Ich sehe nicht viel! Natürlich kannst du es sehen! Nein! Bist du 20? Ich? Ja, ich bin 20! Du schaust aus wie 16! Oha! Mach dich zum Mund! Ich sehe... Ich sehe... Wie 16! Nass! Nass! Ich sehe doch... Wie 16? Das habe ich noch nie gehört! Nein! Doch! Du schaust sogar aus wie 15! Oha! Jetzt übertreibst du! Nein! 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 Wie alt seid ihr denn? Rate doch! Jaaa! 15, 16, 17! Obwohl die rechte sind schon wie 23! Die könnte 23 sein! Wer? Die linke! Du siehst wie eine alte Klassenkamera! Also von... Hä? Ich? Ja, ja, du! Siehst so aus wie eine von damals! Ich finde gleich 20! Nein! Nein! Du siehst wie 16 aus und die rechte sieht wie 23 aus! Gut! Ja! Ja! Ich bin 25! Ehrlich jetzt! Nein! 25 ist nicht zu viel! Okay! Aber wie alt seid ihr denn jetzt? Hallo! Wie alt du willst? Nein! Nicht so wie alt geworden! Wie alt du willst! Das bringt die Leute in Gefängnis! Das ist nicht wahr! Ich bin 15! Oh mein Gott! Und ihr sagt, wie sie wie 16 aus! Nein! Ich bin 23, hä? Nein! Nein! Guck mal, ich bin live! Ich streame gerade! Okay! Und mein Chat sagt mir! Ich sehe! Wir haben wie schnell die Weckigen gesehen! Ey! Jetzt mal ehrlich Chat! Seh ich wie ein 16 jähriger aus? Ernst! Ernst! Nimm mich gar nicht hoch! Guck mal, ich hab ein T-Shirt an! Das ist ein Bruder! Dieses T-Shirt lässt mich schon wie ein Kind aussehen! Wann! so sei ich mal ehrlich sich wie 16 solch mal t-shirt wechseln und meine ehre zurück ja man soll ich mal bruder ich sehe doch nicht wie 16 aus ich wechsle das t-shirt ich werde 16 genannt ich werde 16 m2 der große wird 16 genannt das ist respektlos gleich sagte m2 der papa ich immer noch bis 16 aus scheiße mann nein ich sehe immer noch die 16 post die hässliche frazen meine was es gibt es gibt es gibt einfach schnell warum es gibt es gibt doch echt oder scheiß und wenn ich gesagt stopp stockbizeps was war es kein stopp was 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 stopp bz fastballer bz so sind fußballer bz ernst ernst ich zeige euch jetzt einen fußballer mit solchen bz bin ich zu viel bz ramos bz hier 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 was was redet jetzt was redet ihr komm zeigte ich hier was was genau gleich ist ramos 1 sind wir oder was da war ein richtiges bild ist ramos 1 sind bz ist ramos 1 sind hier ist ramos 1 sind jetzt ist ein 17 der rams ist der rams 1 17 ist doch mal an hallo ich sage nicht gleich aber ich sage oder ich sage es passt es rei ist reich schon kommt ramos hat auch nicht viel ich meine ramos ist natürlich breitaus aber ich meine er hat nicht viel mehr als ich chin was redet ihr ich sage nicht das sieht wie ramos bz das sage ich auf keinen fall ich sage nur es reicht genau es reicht oder ich krieg anton ich habe die girls geklebt mit meinen biceps was will zu groß sein ich hatte schon mal eine bessere phase ich war lange nicht mehr im gym aber ist reich komplett komplett ist reich komplett ist reich alles recht weil er im sohn mit unterhalb ich werde respektiert wala will er im sohn mit unterhalb ich werde respektiert die eine hat dich zurückgedrückt merkst du sag danke im sohn hallo 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 wie alt bist du 17 du oh shit ich bin alt ich bin alt wie alt bist du was glaubst du prä Wieso? SA Ich hätte höchstens 18 Oh mein gott ich werde zum houses ge phi harien Wie alt bist du denn...? 12 es geht voll Wir sind uns wie heißt dir denn? polsk Jamelia 3 Jahre wie? Jamelia okay wir sehen uns Jamelia ich wünsch euch einen schönen Abend, wer sind denn neben dir? Wer weiß das? Ich hab da gerade mal gehört. Ich bin zu alt für dich. Ich vergeben schon. Ich bin zu alt für dich. Soll ich euch mal was sagen? Man weiß nie, ob man seinen Freund liebt, wenn man nicht einmal fremd geht. Warte mal, bist du... Warte, bist du... Warte, bist du 2003? Ja. Hä? Oh mein Gott, ich küsse dein Herz. Er sagt wegen zwei Jahren. Was bist du denn? Sie hatte auch was mit 23-Jährigen. Ja, aber diese 23-Jährigen sind unseriös. Ich bin kein 23-Jähriger. Ja, da gebe ich dir recht. Ich bereue es. Ja, das ist gut. Das ist schon mal ein Step in die richtige Richtung. Hä? Wirst du dieses Jahr noch 21? Ja, das ist doch schon 24 mal dann. Das ist schon 24? Wann soll ich dir das? 21 sonst? Ja, okay, okay, sorry. Okay, aber wie alt? Zeig doch mal deine Freunde. Ich will doch euch beide sehen. Ich will doch... Hallo, nein, ich will niemanden nicht. Ja, an der ich dann... Es gibt... In 2024 gibt es neue Beziehungen. Dann gibt es noch ein Dreiecksbeziehungen. Nein, nein. Sie muss da mit mir. I'm sorry. Ich bin zu alt für dich. Soll ich älter als ich sein? Du bist nicht älter als ich. Sie ist 23. Ja, okay. Ich will doch mal sehen. Ich will es doch mal sehen. Nein. 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 Okay, guck mal. Wir machen so. Ich habe einen... Ich habe einen Schüler. Ich bringe den RIS bei uns. Und der ist 16, Anton, über 1,80, kommt aus Kanada und lebt in Leipzig. Wir machen so. Ich gebe ihn dir und du zeigst dir die 23-Jährige dafür. Oh, das hat so gereicht. Ich glaube, ich werde... Fuck. Anton, der beschreiben war drei Geschissen. Das ist einfach so hässlich, dass er es gibt da. Anton. Du hast einfach geblockt. Hallo? Hallo. Wie alt bist du? 16. Anton. Anton, Mann. Ah, ich habe das reiche... Oh. Hello. Bist du auf TikTok? Auf TikTok? Nein. TikTok mache ich nicht. Ich bin auf YouTube. Also nicht live, aber ich habe einen YouTube-Kanal. Sind wir drauf? Nein, der hat doch gesagt, du bist richtig live. Also, okay. Wie alt seid ihr denn? 18 und 17. 18 und 17. Du? Ich bin alt. Was schätzt ihr? Nein, übertreib nicht. Ich habe schon gehört, Leute sagen, ich sehe wie 15 aus. Ich bin nicht nochmal 15 genannt. Nee. 19? 19, ja. Ich bin 20. 19. 19 nehme ich mit. Okay. Die Frage ist, steht ihr auf blond? Nee. Aber was steht ihr? Kanake. Dunkelblond. Kanake. Scheiße. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Normalerweise habe ich einen Schüler namens Anton. Und wenn ich auf Omit bin, versuche ich für den ein bisschen was zu klären. Und der ist blond, über 180 und so. Und ich springe ein bisschen bei... Ja, dieses ganze Thema Frauen. Ich übertreibe natürlich. Ich habe auch ein bisschen Spaß. Aber ich hätte normalerweise gesagt, ja, Anton nimm seinen Insta, checkt ihn ab. Aber du stehst auf Kanaken. Aber in Frankfurt findest du viele. Ich bin Frankfurter. Wie findest du überall Kanaken? Um jede Ecke. Hast du nämlich einen? Ich muss gucken. Ganz kurz. Eine Sekunde. Wie alt bist du 17? Hast du gesagt? Mhm. Eine Sekunde. Ich muss ganz kurz hier. Tak, tak, tak. Abchecken. Kanake. Türke, schwarze Haare. Mein Make-up sieht gerne aus. Was? Türke, schwarze Haare, Girlcam heißt der. Der steht doch auf blond. Der steht richtig auf blond. Gut. Okay. Entweder du gibst mir deinen Insta, ich gibst ihm oder ich gib dir seins. Ich gib meins. Okay. Okay, schick das Warte. Hey, ich bin so ein guter Wingman. Mann, ich bin so guuut. Ich bin so guuut. Hey, ich bin so guuut. Hey, komm, was ist ein guter Wingman? Alles muss klein geschrieben werden, aber es ist ein bisschen schwierig zu finden. Es ist schwierig zu finden, auf Snap oder Insta? Nee, Insta. Okay. Okay, Lea. Ich bedanke mich, ich schick's dem und schaffe, daraus wird was. Ich will dich mit dem in Frankfurt sehen. Wenn es nicht passiert, der ist, der ist, der ist, warte, ich bin 1,80, der ist, der ist, der ist 1,1, also der ist ein bisschen größer als ich vielleicht. Okay, gut. Okay. Sehr gut. Wie groß bist du? 1,69. Okay, passt, da musst du dir keine Sorgen machen, der trägt dich locker. Okay. Hey, wir sehen uns. Habt einen schönen Abend. Ciao. Chat. Girlcam, come in my life. Ich habe eine Chaya für dich geklärt. Ich schwöre, du bist ja 0,4er, die ist 17, die steht auf Kennex. Ich schwöre, die war ganz okay. Wala, du kannst sie wegmachen. Klär die. Wala, Wala. Wala, Wala. Ey, Chat. W-Wingman. Ehrlich, Chat. Die war sogar Baba. Also, die war okay. Chat. Chat, scheiße. Girlcam, soll mal in den Chat kommen, dann sagt überzeugt, wenn die 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 Chaya war. Nana. Was? Nana. Oh, Nana. Hä? Hallo. Hey, Girlcam, ich schwöre, Girlcam. Wala, die war schon, die war okay, war also hier ist die okay aus. Ich habe gefragt, auf was steht. Er hat gesagt. Chat, 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 chat. Ich frag, steht ihr auf Chinesen, der will direkt klauen. Seht ihr, der fragt, steht, steht ihr auf Chinesen? Chinesen, der will direkt klauen. Warum, Digga? Doch. Warte, ihr könnt ihr alle probieren, Chat. Ihr könnt es alle probieren. Hallo? Es geht. Es geht. Nichts bei dir? Oh, nichts. Wie alt bist du? 16, du? 16, ich bin alt. Ich bin alt, wir sehen uns. Mach's gut, ne? Mach mal leiser. Schönen Abend. Tschüss. Hey, Girlcam. 0 bis 10, sag mal, wie findest du die? Ich weiß nicht, ob die öffentlich ist. Die hat doch gesagt, es ist schwer zu finden oder so. Hallo? Hallo. Oh, reitet ihr Pferde? Nee. So. Ist die Brett, Girlcam? Ach so, die ist keine Säge. Nein, ich schwöre, die war besser als Sex. Ich schwöre, die war besser als Sex. Girlcam, ich schwöre, die war besser als Sex. Ich schwöre, die war besser als Sex. Komm mal, auf Rille, du würdest die mit Herz machen, sag ich dir so. Mit Herz. Auf Rille, die wäre eine 9 von 10. Auf Rille, sag ich dir ernst, ernst. Hallo? Auf Rille, du sagst, die wäre eine 9 von 10. So, so gebe ich 7. 7, 8. 8 an guten Tagen. Nein, die war nicht jetzt nicht, okay? Ich schwöre. Am Ende hat die von dem Girl gegeben. Am Ende hat die von der Freundin gegeben, von der Schwarzerige. Ja, Big Man. Ja. Äh, kennst du... Ich muss klicken? Ja, guck jetzt. Ich mein's ernst, sie war nicht hässlich. Ich geh ja nicht, ich schwöre. Ich würde Huang ne hässliche Schick. Ich bin in der Zeit. What could know him, bitch? Hallo? Hello, my friend. Nein, ich will nichts, ich wollte nur Handys. Ah, ihr streitet euch schon um mich. Oha, chill doch. Wie alt seid ihr denn? Ich bin 16. Holy shit, damn bitch. Mann, was ist... Hä? Wir können doch trotzdem reden, auch wenn du 19 oder so bist. Nein, 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 ich bin 20, ich bin ein alter Mann. Aber ich hab einen Schüler namens Anton. Ich geb dir ein bisschen fürs Leben mit, okay? Der ist blond, reich, hat eine Ferienwohnung in München, lebt in Leipzig, über 1,80 und kommt aus Kanada. Unterschiede Interesse an dem schönen Anton. Nein. Oh shit. Auf was stehst du denn? Ich steh auf Schwarze. Oh shit. Oh shit. Schwarze ist eigentlich desse besten, aber in dem Fall, ist's aufgrund. Mann, werd doch einfach älter. Werd auch älter. Egal, wir sehen uns, wir sehen uns, ne? Macht's gut. Hey. M2TheKid ist in seinem Film auf OMIT TV. wenn ich blond ist echt nicht ist es nicht oder ich bin auf schwarze was soll ich dir sagen gesagt nicht auf schwarz und wenn die auf schwarz steht dann steht auch nicht auf braunhaarige mtus und seien jetzt mal ernst von 1 bis 10 seit mal ehrlich ich habe guter ist ehrlich ich bin nicht auf diese ernste ich mache diese mit lachen oder siehst du nicht dass jeder lacht wenn ich mit der rede und so okay luka lukas beschreibt ich mal wie siehst du aus lukas ich brauche eine kleine beschreibung ort aus welchem land und so dann sagt mir und dann alle alle hallo sie war 18 bis über 18 alle kommt aus israel habe ich gesehen hallo nein bis jetzt ist noch nichts gekommen deswegen habe ich aber ich war davor was schon du siehst du wirst im clip sehen stehen da kam einfach knackte dinge frau so was ich habe schnell weg gemacht nichts passiert blonde haare bayern ja wo aus bayern 1 95 basketball spieler bist du deutsch das muss auch noch wissen wir müssen in service machen ein video mit in service habt ihr bock darauf dass ihr alle auf disco kommt euer handy screen recordet euer handy screen recordet und wir dann zusammen girls anscheinend checkt ihr und ich euch leidens gibt und ihr die schreibt habt ihr bock darauf schreibt es mal rein deutsche menschen kennst du zufällig eine jelle aus münsche ich muss kurz ganz gut ich sag mal 1 bis 10 hat noch gar nicht gesagt wie findet ihr bei riss ernst hallo 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 wie alt seid ihr rate unter 18 16 15 ja also ich 16 15 steht ihr auf blonde nicht nein 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 versteht ihr light skin ich habe leider kein light skin als schüler normal aber ich habe sehr viele schüler eigentlich jede ich habe einen türken ich habe einen deutschen ich habe einen isler ich habe eigentlich alles aber leider noch kein light skin oder doch ich habe ein light skin ein jessi ok ich mache eine kurze beschreibung gesagt ob ihr wollt dann nicht ihr müsst sagen würde wenn ihr sie wollt sagt ihr würde ok also er hat light skin natürlich hat curly herrs und so tak 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 der kommt aus sein vater kommt aus spanien oder brasilien war das mutter aus marokko also der zu marokkanische brasilianische light skin gesicht richtiger richtiger mix also ich hab es noch nie gesehen ich will den ich will den ich will den okay 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 gut dann hat es gibt uns 10 der ist der ist 15 ihr will den ich will den du bist 16 ich bin 15 ich gehe zwei optionen entweder ihr gib mir euer insta und ich gibs dem oder ich gib euch sein insta Er gibt mir einen Insta. Ich schick's dir mal. Jessi, bedanke dich bei mir. Hörst du mich, Jessi? Sag mal Danke. Okay, okay, okay. Warte, ich schick's dir... Tag. Wie sprichst du deinen Namen aus? Zeynep, ich weiß nicht. Woher kommst du, Zeynep? Äh, Ratem. Warte, ich kann... Zeynep ist ein Dings. Warte, nein, das ist kein türkischer Name, sondern... Ja, das ist nicht türkisch. Warte, warte. Ich kannte eine Zeynep aus Frankfurt. Warte, da kam die. Da kam die. Wie... Perserin oder so, ne? Ja. Oh shit! Nein, also... Ach so, ach so. Ich bin keine Iranerin, sondern halt was anderes. Also ist eigentlich relativ gleich so. Guck mal, ich bin ein guter... Afghanerin. Ich hätte das nicht gesagt. Aber ich bin schon gut dabei bin, ich wusste schon. Und du, Lina? Ja, ich bin ein bisschen. Lilia. Lilia. Sorry, Lilia. Woher kommst du? Marokko. Marokko? Ehrlich jetzt? Ja, also... Okay. Vielleicht. Okay, dann... Heißt der Anton? Nein, nein, der heißt nicht Anton. Anton ist ein anderer Kollege. Antwort ist Anton nicht. Das ist ein Blonder. Nein, nein, den meine ich nicht. Der Anton ist ein Schlingel. Das ist auch einer meiner Schüler. Aber den meine ich nicht. Ja, der hat gerade gefolgt. Ja, Anton ist ein Schlingel. Anton hat den nicht. Ein Jessin wird sich mal geschmelden. Der Jessin, der Jessin mit Doppel-S. Jessin der Lightskin. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend, ne? Ja, Anton. Habt Spaß hoffentlich mit Jessin. Dankeschön, dankeschön. Macht's gut. Jungs! Jungs, 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 Jungs. Ich weiß, die sind jung, aber ich kläre für andere Leute. Oder warum gibt das sowas? Ich schwöre euch nicht für mich selbst. Ihr seht, ich habe mein Handy nicht in der Hand. Ich mache nichts, Digga. Anton, warum schreibst du den? Anton, du Hund! Ich habe noch klar gemacht, dass ich nichts von den will, Digga. Hallo? Hallo? Oh, bist du Opium? Was? Bist du Opium? Was? Bist du Opium? Nein! Weißt du, was das bedeutet? Oh mein Gott! Okay, sorry. Weißt du, wen du gerade hörst? Ja. Wen hörst du? Chipy Red und Playboy Cardi. Und was ist Cardi? Keine Ahnung, ist der Opium? Ja! Opium! Ich höre sowas eigentlich nicht. Achso, achso. Für die Zukunft Opium bedeutet einfach Leute, die Moschpitz machen, voll schwarz. Also, Moschpitz nicht unbedingt, aber komplett schwarz tragen. Und diese auf diesem Film, die so... Opium! Das sind Opium, Leute. Ich musste auch Leute hier. Auf OmrTV gibt's alles. Es gibt Jünger und Minderjährige, es gibt Leute, denen ich was erklären muss. Es gibt hübsche Frauen, es gibt alles hier. Und du hast heute was gelernt. Wenn du schlafen gehst, weißt du heute, was Opium bedeutet. Dankeschön. Bitteschön. Wie heißt du denn? Lisa, du? Lisa, ich heiße M2. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Lisa. Habt viel Spaß mit Playboy Cardi und Trippi. Und wir sehen uns. Ciao. Ey, ehrlich, chat, 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 chat. Ehrlich, ehrlich, chat. Ich hab' vergessen, Lukas, ich höre euch auch vergessen. Aber chat, ehrlich. Ich bin W-Mans. W-Mans. Ehrlich, chat. Okay, chat, tschuldigung. Chat. Chat, chat, chat. Chat, chat, chat. Chat, chat. Chat, chat. Boah, was ist das für ne Gruppi-Feier gewesen? Hallo. Boah, was gibt's so gar nicht. Hallo. Hallo. Moin. Bist du Gamer oder so? Gamer? Ja, warum ist dein Kamera so clean? Ein Gamer hat keine Kamera. Ein Gamer hat einen guten Bildschirm. YouTube? Ich? Nein, nein, nein. Seid ihr Frauen, die auf 16-jährige Blonde stehen? Was? Seid ihr Frauen, die auf Blonde stehen, die aus dem Alter sprechen? Ja, ich nicht. Ich stehe nur auf Kanaken. Ich stehe nur auf Kanaken. Ja, ich stehe. Ich stehe auf Kanaken. Okay, ich habe einen. Lukas, 1,95. Ich spiele Basketball. Warum guckst du so? Lukas, schule Name. Oh shit. Oh shit. Nein, er hat es nicht gehört. Er hat es auf jeden Fall nicht gehört. Aber ich habe viele Schüler. Ich habe eine Academy, eine Russe Academy. Ich bringe jeden meiner Schüler bei, wie man Leute risst. Ich will natürlich nicht rissen, weil ihr seid zu jung für mich natürlich. Aber mach mal, Sebastian. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich komme direkt im Gefängnis. Jeder Versuch, selbst wenn es Spaß ist, bringt mich straight in the Habs. Und ich will nicht Habs gehen. Ich darf nicht Habs gehen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also, guck mal, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr skippt mich, oder ihr gebt mir euren Instrum. Gibt es einen von diesen Blondinen. Ich sage Blondinen. Einen von den Blonden Jungs, den Lukas oder Anton. Das sind zwei sehr schöne Motherfucker. Beide blond. Einfach mit Eier. So, das sind die zwei Optionen. Skip-Mode da. Ihr habt einen Blonden in eurem DM. Nee, dann weiter. Oh, okay. Das sage ich denen so. Wir sehen uns. Hab einen schönen Abend. Tschau. Danke dir auch. Hey, Chat. Chat, was soll ich sagen, Chat? Ich glaube, blond ist es nicht. Ich glaube, blond war früher, zu Justin Bieber Zeiten. Heute ist es... Black is the new blond? Mein Chat. Mein Chat. Ich hab verkackt. Ernst, ich hab nicht verkackt. Ernst, ich hab nicht verkackt. Ernst, ich hab nicht verkackt. Ernst, ernst, ernst. Ich hab nicht verkackt, Chat. Ich hab nicht verkackt. Vielleicht als ich gesagt hab, ihr seid meine Schüler. Aber ihr seid meine Schüler. Ich kenn doch nicht lügen. Ernst, zeig mal ein Bild von Yasin. Okay, Yasin. Okay. Ich glaube, der hat mir mal eins geschickt. Aber ich weiß nicht, ob es noch im Chat ist. Ich hab mir wirklich mal ein Bild. Ah, der hat's geblurrt. Der hat's geblurrt. Der Bastard. Aber du kannst dir ein bisschen vorstellen, okay? Aber du kommst aus einem Dorf. Also merkt, wie ihr kennt. Der hat dieses Dorf aussehen müssen. Der hat näher im Unterricht. Oder mach ein Kind doch weg. Am längsten. Ich zeig noch kein Kind. Hallo? Hey, wieder. Hallo! Oh! Das sind die Pferdemädchen! Warum wieder? Na, hä? Oh, was ein Gedächtnis hast du? Wie kannst du mich vergessen? Ich hab nicht gefeifen kann. Da hab ich gesagt, pfeife ab. War er muss? Ja! Ah! Oh, shit. Und was machen wir jetzt? Auf dem Boden sitzen heute. Okay. Ich hab nicht in der Schule. Guck mal, ich hab, ich hab, wie soll ich sagen. Ich hab eine Schule, ne? Und die Schule heißt M2 The Wrist Academy. Mein Name ist M2 und die Schule heißt The Wrist Academy. Ich hab da verschiedene Schüler. Ich hab einen Lightskin mit Glocken. Ich hab einen Blonden aus Kanada. Ich hab einen deutschen Blonden. Ich hab viele verschiedene Typen. Ja? Ja. Egal, was für ein Typ ihr wollt. Auf was ihr steht. Ihr habt die Option jetzt. Jetzt oder nie. Ja, was steht ihr denn? Ich seh schon deinen Grinsen. Du stehst auf irgendwas? Sag mir und dann wird einer dich... Hä? Ne. Was? Ne, ne. Ich steh auf keinen. Du stehst auf keinen. Bist du asexuell? Ne. Aber das heißt doch, dass du auf keinen stehst. Was? Asex ist, wenn du auf niemanden stehen kannst. Auf keinen Geschlecht gar nicht. Mann. Finde ich. Diese Ferien, tu dir dich gut. Du musst auf jeden Fall in die Winterschule. Du musst in die Winterschule. Seit wann gibt's ne Winterschule? Es gibt auch ne Sommerschule. Sommerschule. Ja. Ich versteh mich doch mit dir. Wie heißt sie denn die ganze Zeit auf meiner Seite? Wie heißt du? Ich? Ja, du. Sag ich nicht. Ist privat. Oh, dann sag mir einen Fake-Namen. Ich brauch irgendwas, damit ich dich ansprechen kann. Sina. Okay, Sina. Ich glaub das ist der Name von irgendeinem aus dem Raum. Ey, du bist doch blöd. Dicker. Du bist doch blöd. Okay. Okay Sina. Wie alt bist du? Siebzehn. 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 Okay. Ich hab einen Jungen namens Lukas. Siebzehn Jahre alt. 1,95 groß. Spielt Basketball und kommt aus München. Besteht dein Interesse? Bisschen weit. Bisschen weit weg. Bisschen weit weg. Bisschen weit weg. Der hat ein Auto. Der kommt im Hand umdrehen. Einmal sagen. Interesse. Zack, zack. Woher kommt der? Nein. Das ist auch so privat. Also nein. Hier Berlin. Aus Berlin? Oh shit. Ich war in Berlin feiern. Ich komme aus Brandenburg. Brandenburg. Ey, warte schon mal in diesen... Warte, wie heißt das? In Brandenburg gibt es diesen Island-Dings da. Da ist Pool... Da ist so... Wie heißt das nochmal? Tropical Island? Ja, Tropical Island. Ist das cool? Ja. Okay, Anton geht da hin. Der braucht noch eine Begleitung. Und? Sina, hast du da Interesse? Anton, 1,95. Hahahaha. Hieß ja nicht, was? Hieß ja nicht, Lukas? Was habe ich denn gesagt? Hä? Was? Anton. Anton. Ja, ich habe verwechselt. Es sind zwei Blonde. Ich meine Lukas. Ich meine es ernst. Ich habe ein Abo verwechselt. Ich schwöre. Lukas und Anton. Es sind zwei... Aber Anton ist... Anton ist jünger. Anton ist 15 oder 16 oder so. Und Lukas ist 15 oder so. Hahahaha. Hahahaha. Okay. Also... Was ist der Stand? Bestimmt dein Interesse? Nee, danke. Grad nicht. Okay. Schade. Und die echt... Die wahre Sina. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch? Bist du auch... Bist du auch... Ähm... Wie heißt es? Vergeben? Ah, du bist auch vergeben. Ja, ich bin seit vier Tagen nicht mehr vergeben. Das ist es ja. Seit was? Seit vier Tagen nicht mehr. Oh... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir nicht leid. Nein! Aber... Ja, passiert, passiert. Was soll man sagen? Es gehört zum Leben dazu. Aber der Junge da hinten, der soll... Ich bin nicht hoffen, der wird mich gefrenzen von einem von euch. Der wird so... Mach dich ran. Sitz da nicht so rum. Das sind drei Girls. Was ist falsch mit dir? Nein, nein, nein. Ich glaube, der soll auch Schüler bei mir werden. M to the Wrist Academy. Merke das und dann kannst du gerne beitreten. Kannst du gut Englisch? Kannst du gut Englisch? Wie heißt deine Schule? Englisch. Meine Schule. M to the Wrist Academy. Aber Englisch? Nein. Also die Sprache, die ich spreche, ist die Frauensprache. Die kann ich sehr gut. M to the Wrist Academy. Du willst... Hey, suchst du das wirklich? Das gibt's nicht. Natürlich gibt es diese Schule nicht, Digga. Hä? Nein, wenn du was finden willst, dann musst du M to the Kids schreiben. Dann komm ich wirklich. Ja, scheiße. M to the Kid gibt's wirklich nicht. Was? M to the Kid. Also M2, TH, also T-H-E und Kid. Also keine Idee. Oh Mann. Fake Sina ist sauer. Gib doch mal her, Mann. Du brauchst zu lang. M to the was? M to the Kid. The Kid. M to the Kid. Haha, bist du witzig? Hä? Ich mein's ernst, ich halt so. Ich halt so? Also nicht so, also das ist mein... Was da... Was? Was ist das? Nein. Das ist doch eure Schule. Nein, warte, warte. Was ist denn BMW? Nein, nein, das bin ich nicht. Das ist irgendein Random. Warte mal. Warte. Ich zeig sie, ich zeig sie. One second, one second, please. Holla, holla, holla. Okay, okay, okay. Das. Warte. 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 Jetzt. Warte. Okay. Das ist der wahre, okay? Und wenn ihr wisst, der Junge dahinten, der gefrantert wird, wenn er was lernen will, schau dir meine Videos an. Dann sitzen die drei mit dir und nicht weg... Ah, das sind zwei Jungs. Oh. Das sind zwei Jungs. Was? Ey. Komm, guck mal, es hat mir Spaß auch noch mit euch zu reden. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Abend. Habt Spaß und hoffentlich, ich finde ich noch so coole Leute wie ich und wie mich so rum und ich hoffe ich finde so coole Leute wie ihr... Oder was ist das für ein Deutsch, ah. Digga Scheiße auf. Wir sehen uns. Haut rein. ich bin w mensch oder hätte die kette schulleiter genau was ich kann nicht mehr warten so bitte so die oberste nachricht ich bin davon bin besser als sie es ihm gesagt schick bild er sagt ja warte wie sagt ich warte und danach er schickt der bild schick der welt von sich und ich schreibe ganz am end unten vor die scheibe anton ma boi ma boi anton ma boi anton herzlichen glück mit meinem bruder anton ehrlich bist du reich ehrlich sei ehrlich mal sei mal ehrlich ww ich mache screen davon ist wie thumbnail oder ich nehme speicher das anton ist die legende hier im chat anton ist der mit ihn ist auch was geschickt den hast du geklärt war vor drei monaten ab jetzt auch fahrrad jessica was sie mir schickt man normalerweise müssen wir sowas über discord machen dann kann es auch im screen schickt mir das im disco chat ok ich kann ich das auch dann lohnt sich das in meinem disco zu sein und ich kann euch das dann zeigen check the chat check the chat ehrlich dieser stream hat mir sehr der macht mir gerade sehr viel spaß ich will gar nicht aufgehen ich schicke euch noch mal den chat den link zu meinem oder fack zu meinem discord scheint dem ganzen ich habe richtig spaß von 1 bis 10 wie viel spaß habt ihr wir müssen mehr in die richtung risk gehen wir müssen mehr in die richtung risk gehen die sie wäre krank ja wir machen dann so disco dress ich schreibe geld auf ins an und so darauf jetzt steckt ja ja ich sage blöbel blöbel ich habe kein gar kein intro dazu gemacht lukas hat mir auch geschrieben alle der aneinde aneinde verstoffen hat er schreibt hey mach weiter so du bist bester schulleiter sind die schule die schule ist es die mtourist academy ist es wir gehen weiter wir machen noch ein bisschen stück okay wir machen noch ein bisschen ein tisch spaß steht spaß ich check der disco mit ist drin werden noch nicht drin ist unbedingt rein weil dort wird auf jeden fall in zukunft mehr passiert weil ich merke schon dieses potenzial ich mache gleich noch mal ein ome intro damit oder weißt du was sie machen wir hören jetzt auf wo es am besten ist ich wollte sowieso aufgehen aus comments ja weißt du wie sowas geht hält mir das ja ich glaube wir hören auf wenn es am besten ist dann haben wir beim nächsten mal mehr spaß ja 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 das ist es ich weiß es tut weh aber wenn man aufhört wenn es am besten ist wird es beim nächsten mal viel viel mehr spaß machen doch das ist es wenn wir jetzt aufhören habt ihr im bock beim nächsten mal da zu sein ich gewiss das ist das richtig ich